The Sinking City ist aus den Webstores verschwunden, Apple muss die Unreal Engine wieder zulassen und eventuell kommt 2021 eine neue Nintendo Switch. Ich bin Natascha und das sind die News. Einigen von euch wird aufgefallen sein, dass The Sinking City auf Steam & Co. nicht mehr zu finden ist. Hintergrund ist ein ziemlich hässlicher Streit zwischen Big Ben Interactive, Narcon und dem Entwicklungsstudio Frogwares. The Sinking City ist ein Action-Adventure, dessen Story von den Geschichten des Horror-Autors H.B. Lovecraft inspiriert wurde. Es wurde ursprünglich am 27. Juni 2019 released, ursprünglich für PC, PS4, Xbox One und schließlich für Nintendo Switch. Auf dem PC war es zeitexklusiv im Epic Game Store erhältlich. Nun ist es auf den üblichen Distributionsplattformen erstmals gar nicht mehr erhältlich. Big Ben Interactive Narcon war seit 2018 Lizenznehmer von The Sinking City und hat das Spiel für Steam, Xbox One, PlayStation 4 und später den Epic Game Store vertrieben. Das Spiel und alles, was damit alles zu tun hat, war weiter geistiges Eigentum von Frogwares. Bereits während der Entwicklung kam es regelmäßig zu starken Verzögerungen in der Finanzierung, obwohl das Team alle seine Deadlines eingehalten hat. Auch nachdem das Spiel veröffentlicht wurde, gingen die Probleme mit Big Ben Narcon weiter, Einnahmen wurden nicht ausgezahlt und Informationen über Verkaufszahlen oder ähnliches nicht weitergegeben. Außerdem wurde ohne Einwilligung von Frogwares ein Tabletop-RPG zu The Sinking City veröffentlicht und Big Ben Narcon hat sich öffentlich als Eigentümer der IP präsentiert. Seit Ende Juli ist der Vertrag zwischen den beiden Parteien gerichtlich aufgelöst, doch durch das Bild, das Big Ben Narcon präsentiert hat, die IP gehöre ihnen, ist es für Frogwares teilweise schwer, die Kontrolle über das Spiel auf den verschiedenen Distributionsplattformen zu bekommen. Ob und wann das Spiel über die üblichen Kanäle wieder zu bekommen ist, ist nicht bekannt. GameStar Plus wird sich der Geschichte annehmen und einen tiefer gehenden Report veröffentlichen. Der soll noch im Laufe der Woche kommen, sofern möglich informiere ich euch dazu nochmal gesondert. Eine DRM-freie Version könnt ihr im Moment über die Webseite von Frogwares direkt herunterladen, Keys gibt es außerdem noch bei Gamesplanet oder Origin, diese beiden Händler wurden von vornherein von Frogwares selbst betreut. Es gibt außerdem Neuigkeiten im Streit zwischen Apple und Epic Games. Falls ihr von dieser Sache noch überhaupt nichts mitbekommen habt, habe ich euch ein paar Links in die Videobeschreibung gepackt. Ganz kurz zusammengefasst, Apple hat Fortnite aus dem App Store gekickt, weil Epic die Einnahmen aus den Mikrotransaktionen nicht zu Apples Konditionen abgibt. Außerdem droht Apple damit, Epics Entwicklerzugang zu sperren und keine Unreal Engine Updates mehr zuzulassen. Eigentlich geht die ganze Geschichte erst im April 2021 vor Gericht, Epic Games hat aber ein eiliges Verfahren erwirkt, um Apple davon abzuhalten, die Konten zu sperren. In einer Verhandlung via Zoom, in der nur Anwälte der beiden Parteien anwesend waren, hat die US-District-Richterin Yvonne González Rogers nun teilweise zu Epics Gunsten entschieden. Apple darf Epic Games nicht den Entwicklerzugang sperren und muss weiterhin Unreal Engine Updates für alle Spiele zulassen. Fortnite dagegen ist für Apple-Geräte weiterhin nicht verfügbar. Mehr Infos dazu gibt's wie gesagt auf GameStar.de, den Link zu den Artikeln findet ihr in der Videobeschreibung oder ich packe euch einen hier oben in die Infocard. Die Game Awards finden statt, sie werden weder verschoben noch abgesagt. Das hat Jeff Keighley jetzt offiziell bestätigt. Allerdings wird es sich, wie zu erwarten war und wie schon mehrere andere Events und Messen um eine reine Online-Veranstaltung ohne Live-Publikum handeln. Keighley wird aber nicht alleine auf einer Bühne stehen, um die Gewinnerinnen und Gewinner zu verkünden, wie er im Interview sagte. Einen ersten Blick darauf, wie es wahrscheinlich gehandhabt werden wird, können wir wohl am Donnerstag zur Opening Night Live sehen, die die Gamescom 2020 einleiten wird. Er sagt auch, er wolle die Show unbedingt live machen und nicht als etwas, das im Vorneherein aufgezeichnet wird. Es wird in verschiedenen Szenarien gearbeitet, wie man die Show live mit ein bisschen Spektakel präsentieren kann. Der Termin wird voraussichtlich wieder im Dezember sein, ein genaues Datum wurde allerdings noch nicht kommuniziert. Könnte es sein, dass wir 2021 eine neue Version der Switch bekommen? Spekuliert wird darüber, dass eine stärkere Konsole kommen soll, ja schon länger, jetzt werden die Gerüchte erneut befeuert. Die Economic Daily News aus Taipei berichtet, dass eine nicht näher genannte Quelle, die mit der Lieferkette der Nintendo-Produkte zu tun hat, behauptet, diese neue Version soll Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen. Ob man der Quelle Glauben schenken kann, ist fraglich, allerdings gibt es Hinweise auf eine leistungsfähigere Switch-Konsole bereits seit 2018. Nintendo hat keine Angst vor der PlayStation 5 oder der Xbox Series X, so viel ist klar. Erst letzte Woche führte Nintendo die Bestsellerlisten wieder mit 6 von 10 Titeln an, mit dabei weiterhin den Animal Crossing New Horizons, das vor inzwischen 5 Monaten erschienen ist. Jeff Grubb, ein Redakteur bei Gamespeed, der in letzter Zeit häufiger mal recht hatte, was Insider-Informationen angeht, behauptet außerdem, dass am Freitag voraussichtlich noch eine Nintendo Direct oder ein Partner-Showcase stattfinden wird. Das wäre dann zeitlich während der Gamescom, gehört allerdings nicht zum offiziellen Programm. Nintendo ist nicht Partner der Gamescom 2020. Gestern gab es wohl leider ein paar Missverständnisse, was die Storylines der DC-Spieler angeht, die am Wochenende angekündigt wurden. Gotham Knights ist nicht die Fortsetzung der Arkham-Reihe von Rocksteady. Das wird wohl eher Suicide Squad sein und auch das wurde nicht konkret bestätigt. Es folgt jetzt ein kleiner Spoiler zu den Arkham-Spielen und Batman Allgemein. In den Arkham-Spielen wurden im Finale angedeutet, dass Bruce Wayne in die Luft gesprengt wurde, sein Tod wird aber auch in diesem Spiel nicht konkret bestätigt. Was aber auf jeden Fall bestätigt wird, ist, dass Barbara Gordon nicht mehr Bad Girl ist, da sie durch eine vom Joker zugefügte Verletzung querschnittsgelähmt ist. Sie ist seitdem Oracle. Das heißt, Gotham Knights hat überhaupt nichts mit den bisherigen Arkham-Spielen zu tun, es ist eine komplett eigene Timeline. So wie auch die Filme nichts miteinander oder den Spielen zu tun haben, es gibt inklusive der Comics Dutzende verschiedener Timelines bzw. alternative Universen, die sich verschiedene Figuren teilen und die mal sterben, mal leben, mal mit dem einen oder mal mit dem anderen zusammen sind. Und nochmal ein paar kleine Infos zur Gamescom 2020. Wie schon erwähnt, sind wir offizieller Partner der Gamescom 2020 und stemmen das Live-Programm hier auf YouTube oder drüben auf Twitch, alle Links natürlich in der Videobeschreibung. Die Eröffnung liegt aber wie schon im letzten Jahr auch dieses Mal wieder in den Händen von Jeff Keighley. Und der hat bereits in seinen 2 Stunden Programm eine ganze Menge anzukündigen. Er hat mindestens 38 Spiele von mindestens 18 Studios versprochen, mit dabei sind auf jeden Fall Fall Guys, die ihre zweite Season präsentieren, Call of Duty, Black Ops, Cold War, Destiny 2 Beyond Light, World of Warcraft Shadowlands, Doom Eternal, Campaign Expansion, Mafia Definitive Edition und mehr. Außerdem hat Age of Empires auf Twitter einen kleinen Teaser gepostet, der darauf hinweist, dass auch die Age of Empires 3 Definitive Edition bald kommen wird. In den vergangenen Monaten war dieses Spiel in verschiedenen Stadien der geschlossenen Beta und wurde in Australien bereits geratet. Wer im Flugsimulator 2020 über Australien geflogen ist, wird ihn vielleicht schon erspäht haben. Im Norden von Melbourne steht ein riesiger Obelisk. Während Microsoft sonst großen Wert darauf gelegt hat, dass alles, wie es in der Spielwelt erscheint, auch im echten Leben so ist, ist die Größe des Denkmals aber in Wirklichkeit nicht ganz so beeindruckend. Tatsächlich handelt es sich hier um einen ganz schlichten Tippfehler, der sich beim Übertragen der Höhen in Open Street Maps eingeschlichen hat. Dieser Bug dürfte also wahrscheinlich ziemlich fix gefixt werden, wenn er überhaupt noch im Spiel zu finden ist. Was ihr sonst noch alles im Spiel finden könnt, verraten wir euch übrigens in unserem großen Flugsimulator 2020 Sonderheft. Wir haben mit echten Piloten und Simulationsexperten gesprochen, die euch das Fliegen beibringen wollen, haben die schönsten Sehenswürdigkeiten zusammengetragen und Guides für Einsteiger bis Experten zu GPS, Navigation und so weiter erstellt. Außerdem gibt es ein XXL-Poster mit allen Flugzeugen, eine Kartonbeilage mit den Tastaturbelegungen und ihr fliegt 30 Tage gratis mit dem Xbox Game Pass PC-Code. Ab heute könnt ihr das Heft vorbestellen unter gamester.de slash flight simulator, dann bekommt ihr es sofort als E-Paper gratis dazu und am 4. September versandkostenfrei per Post. Und das war's wieder für heute mit den News, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann verpasst ihr auch nicht so großartige Videos wie dieses hier darüber, dass Lara Croft längst tot sein sollte oder dieses hier über den Erfolg von Battle Royale oder unsere Livestreams zur Gamescom. Wir sehen uns morgen wieder, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und guten Loot!